Hi und ganz herzlich willkommen beim Nordbewusst-Podcast, dein Podcast für Skandinavien und das Hügelgefühl auf die Ohren. Mein Name ist Anna, ich bin 2022 nach Dänemark ausgewandert und wenn du Lust auf eine kleine Hügelauszeit hast, dann bist du hier genau richtig. Mach es dir also gern gemütlich und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und deine kleine Hügelauszeit zusammen mit mir verbringen möchtest. Ich habe es mir hier gerade schon gemütlich gemacht, ich schaue aus dem Fenster und es ist ein super sonniger, frühlingshafter Tag hier in Kopenhagen. Also perfekte Voraussetzungen für einen guten Tag, wir haben gerade noch morgens und ja, ich bin direkt jetzt hier mit der Podcast-Folge oder ich starte direkt mit der Podcast-Folge in den Tag. Das heißt, der Tag kann nur gut werden. Ja, was auch immer du gerade machst, mach es dir gemütlich, schnapp dir vielleicht eine Tasse Kaffee oder Tee und dann sprechen wir mal über das heutige Thema. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir heute mal über hügelige Hobbys sprechen. Gibt es hügelige Hobbys, die wir in unseren Alltag integrieren können, beziehungsweise Hobbys, mit denen wir Hügel in unseren Alltag bringen können? Natürlich ist jedes Hobby, was einem Spaß macht, ja, hügelig, also letztlich, da will ich auch eigentlich direkt anknüpfen. Ich hatte ja in der letzten Podcast-Folge gesagt, dass ich wieder mehr Entschleunigung und Entspannung und einfach, ja, Hügel in mein Leben bringen möchte. Also ein bisschen Gang runterschalten, nicht immer nur schnell, schnell, sondern die Momente bewusst genießen und das Leben im Hier und Jetzt wahrnehmen und im Hier und Jetzt leben. Und da zählt natürlich jedes Hobby dazu, was einem Spaß bereitet oder Spaß bringt. Denn wenn man Spaß hat, dann ist man ja auch im Hier und Jetzt. Deswegen kann man natürlich so vorab erstmal grob sagen, dass da natürlich jedes Hobby reinfällt. Aber ich habe mir trotzdem mal überlegt, ob es Hobbys gibt, die ich jetzt als besonders hügelig empfinden oder bezeichnen würde. Und mir sind ein paar eingefallen und ich habe gedacht, ich quatsche heute mal ein bisschen drüber und gebe dir vielleicht ein paar Inspirationen, falls du vielleicht auch noch auf der Suche bist nach einem Hobby. Falls du gerade kein Hobby hast oder sagst, du hast keine Zeit für ein Hobby, dann ist es ja auch eine schöne Möglichkeit, sich vielleicht da ein bisschen inspirieren zu lassen und sich vielleicht die Zeit bewusst zu nehmen. Es muss ja nicht täglich sein, aber vielleicht in regelmäßigen Abständen, weil wie gesagt, es tut nicht gut, wenn man sich keine Zeit für sich selbst nimmt. Und vielleicht, dass man dann irgendwie eine ganz kurze Zeit, also wenn es wirklich stressig ist, einfach eine kurze Zeit einplant und nicht daran spart. Ja, also falls du noch auf der Suche bist nach Hobbys oder so, dann ist vielleicht heute die eine oder andere Inspiration für dich dabei. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Also das erste Hobby, was mir eingefallen ist, ist das Hobby, was ich auch gerade praktiziere oder was mir gerade super viel Spaß bringt. Und zwar, vielleicht kannst du es dir schon denken, Stricken. Stricken ist natürlich jetzt voll das Kopenhagen- oder Dänemark-Ding, Dänemark-Beispiel, Dänemark-Hobby. Ich würde sagen, Stricken ist so das Hobby für KopenhagenerInnen. Und ich kann es jetzt endlich. Oh, vielleicht erinnerst du dich noch. Ich weiß gar nicht, ob ich im Podcast darüber auch so gesprochen habe, aber ich habe letzten September mit dem Stricken das erste Mal angefangen. Und es war eine lange Reise, es war ein langer Prozess. Ich habe mir ganz lange auch keine Zeit für ein Hobby auch genommen. Es war auch die Zeit, wo es mir mental nicht so gut ging, wie jetzt gerade, wo ich mir wieder Zeit nehme für mein Hobby. Deswegen an der Stelle nochmal ein kleiner Reminder, dass es wichtig ist, Dinge zu machen, die einem auch Spaß machen und sich dafür die Zeit zu nehmen. Und ja, ich bin so froh, dass ich jetzt endlich den Dreh raus habe. Es hat wirklich lange gebraucht. Und ich bin irgendwie auch nicht so der Typ dafür gewesen, mir YouTube-Videos anzuschauen und mir das so beizubringen. Ich habe mich immer mit Freunden getroffen und jedes Mal, wenn es sich die Möglichkeit gegeben hat, habe ich es mir dann zeigen lassen. Also ich stricke gerade eine Mütze und da macht man irgendwie für den Bund rechts-links Maschen. Also für alle, die noch nicht gestrickt haben, das ist dann halt zwei unterschiedliche Arten. Gott, ich bin ganz schlecht am Erklären. Aber naja, auf jeden Fall, immer wenn ich nicht weiterkam, musste meine Freundin mir dann halt helfen und mir das wieder zeigen und wieder und wieder und wieder. Und jetzt neulich hat es einfach so aus dem Nichts Glück gemacht und auf einmal wusste ich die Bewegungen. Und seitdem hat es mich richtig gepackt und es macht so viel Spaß. Ich freue mich richtig drauf, jetzt abends so Feierabend zu machen und mich dann mit einer Tasse Tee hier aufs Bett oder aufs Sofa zu setzen, den Ausblick zu genießen, mir ein Hörbuch auf die Ohren zu packen und dann zu stricken. Wirklich, ich könnte mir gerade nichts Schöneres vorstellen. Es ist so eine schöne Kombi, sich ein bisschen brieseln zu lassen und währenddessen halt auch noch was Produktives zu machen oder halt was zu kreieren. Ich finde, das ist irgendwie so, das Schöne Produktiv würde ich jetzt vielleicht gar nicht sein, aber dass man halt einfach was Schönes erschafft währenddessen. Und beim Stricken, das ist ja so der Hammer. Ich wusste das ja, bevor ich nach Kopenhagen kam, überhaupt nicht, was man alles Schöne stricken kann. Beziehungsweise es war nie so auf meinem Radar. Aber hier siehst du so viele Leute, die was Selbstgestricktes haben, ob es jetzt ein Schal ist. Es gibt hier gerade diesen Sophie Scarf von Petit Knit. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, aber den sieht man hier überall. Das ist so ein kleines, dünnes Schal ist schon fast übertrieben. Einfach so ein kleines, dünnes Ding, was man sich um den Hals wickeln kann. Also super für Anfänger. Ja, sieht man hier überall und Mützen und Pullis und Cardigans und richtig aufwendige Sachen. Und so richtig schön, auch mit verschiedenen Mustern und keine Ahnung, mit so Puffärmeln und was weiß ich, was man alles machen kann. Also es gibt ja gefühlt fast nichts, was man nicht stricken kann. Das war vorher gar nicht auf meinem Schirm. Ich hatte halt immer gedacht, ja Mütze, Socken, Schal. Aber man kann echt alles stricken, wenn man es drauf hat. Was ich jetzt von mir noch nicht behaupten würde, aber mir macht schon meine Mütze Spaß. Meine Mütze wird auch voll sein mit Fehlern. Also ich kann rechts und links schlaufen, ich kann aber noch nicht jetzt dabei mitdenken. Oder ich weiß auch nicht, ob ich jetzt zuletzt eine rechts- oder linksmasche gemacht habe, wie auch immer. Also es ist jetzt nicht perfekt, aber ich bin auch keine Perfektionistin und darum sollte es auch gar nicht gehen. Es geht ja um die Tätigkeit an sich, die Spaß macht. Und das ist so schön. Also entweder, wenn man sich eben es alleine gemütlich macht und zusammen, äh, wenn man sich es alleine, wie ich jetzt gerade gesagt habe, gemütlich macht mit einem Hörbuch und einer Tasse Tee und dann einfach einen schönen Abend verbringt oder so. Also es ist ein schönes Hobby, um es alleine zu machen und ein bisschen Ruhe in den Alltag zu bringen. Es ist aber auch ein schönes Hobby, um es gemeinsam mit anderen zu machen oder vielleicht sogar auch neue Leute kennenzulernen. Dafür sind Hobbys ja sowieso immer eine gute Möglichkeit. Und auch wenn man das bei Stricken vielleicht am Anfang nicht denkt, ist es trotzdem möglich. Und zwar gibt es hier in Kopenhagen, das sehe ich super oft auch bei Facebook, so Veranstaltungen zum Stricken. Das ist oft in Cafés und dann sind da so Strickabende, wo es dann auch noch was zu essen gibt. Oder so Stricknachmittage, wo man Kaffee noch dabei trinkt und dann trifft man sich mit anderen, die auch gerne stricken und, ähm, ja, lernt sich dann da kennen und strickt zusammen. Und keine Ahnung, das ist immer so super schön. Wir haben das einmal gemacht bei mir in dem Ort, in dem Hügelcafé, habe ich auch schon mal vorhin erzählt. Da waren wir einmal bei so einem Hügelabend. Das war auch sehr gemütlich. Da gab es dann auch Glück zu trinken. Das war in der Vorweihnachtszeit und, ja, auch eine schöne Möglichkeit, um neue Leute kennenzulernen. Und hier in Kopenhagen gibt es das auf jeden Fall regelmäßig. Es gibt auch Facebook-Gruppen oder, ja, bei Facebook-Suche. Ich kenne mich mit Facebook auch noch nicht so aus, aber hier läuft sehr viel über Facebook in Skandinavien generell. Und da kommt es auch mal vor, dass eine Privatperson sozusagen schreibt, ja, ich würde gerne stricken, hat jemand Lust vorbeizukommen? Und dann trifft man sich eben bei der Person und strickt zusammen. Also eine mega coole Möglichkeit, um neue Leute kennenzulernen. Und wenn man eh gerne strickt, ist das natürlich perfekt. Und ich sehe das dann auch oft, wenn man jetzt hier am Wochenende oder so in Cafés geht, dass dann da eine Mädelsgruppe sitzt und die dann halt zusammen quatschen und stricken. Und das ist halt super schön. Ich finde, das ist so ein schönes Hobby und so eine schöne Tätigkeit, gerade hier in Kopenhagen, wo ich ja eh so gerne in Cafés gehe. Weil es hier halt so viele individuelle, süße Cafés gibt. Und dann ist es natürlich perfekt, wenn man, ja, gemeinsam noch strickt und ein bisschen quatscht und ja, einfach eine schöne Zeit hat. Deswegen ist Stricken definitiv gerade mein Hüge-Hobby Nummer eins. Wir machen das hier auch manchmal so, dass wir so Strickabende oder Stricknachmittage planen. Also hier in der Freundesgruppe. Und dann treffen wir uns bei irgendeinem von uns zu Hause und bestellen Pizza und quatschen dann und stricken zusammen. Jetzt der nächste Strickabend, der stattfindet, da bin ich dann auch wirklich mal fähig zu stricken. Ansonsten war ich immer die, die zwei Schlaufen gemacht hat und dann so lange hilfesuchend in die Runde geblickt hat, bis die Gespräche unterbrochen ist, bis ich irgendjemanden schnappen konnte, der mir dann kurz weiterhilft. Aber jetzt, also es ist natürlich auch trotzdem schön, nur zum Quatschen. Oder wir stricken auch nicht alle. Also eine andere Freundin häkelt und wieder eine andere näht. Also sie bringt dann immer Kleidungsstücke mit, die sie repariert. Also einfach so ein kreativer Abend. Das muss jetzt nicht Stricken sein, aber einfach so, dass man sich so trifft und dann sowas macht. Das finde ich super schön. Und dann halt immer bei irgendjemand anderem zu Hause und dann, ja, keine Ahnung, isst man Kuchen oder trinkt einfach nur Kaffee oder bestellt Pizza oder, oder, oder. Und das finde ich super schön. Wirklich, wenn du da irgendwie mal die Möglichkeit hast oder vielleicht fragst du auch mal bei Facebook oder so, wenn du jemanden in deinem Umkreis hast, der strickt. Aber wie gesagt, äh, stickt. Strickt? Ne, strickt. Sticken ist natürlich auch möglich. Dass du da halt einfach so dir ein paar Leute einlädst und dir dann einen schönen Abend habt. Das finde ich sehr, sehr schön. Und genau, deswegen ist Stricken definitiv ein högeliges Hobby. Bevor wir jetzt zu dem nächsten Hobby weitergehen, möchte ich dir kurz den Sponsor der heutigen Podcast-Folge vorstellen. Eigentlich bräuchten wir jetzt so ein Ding-Ding-Ding oder so, so ein Ton, der jetzt eine kurze Werbesequenz anzeigt. Ich schau mal, ob ich irgendwas geeignetes finde. Dann kommt das jetzt. Also der Sponsor der heutigen Podcast-Folge ist SteuerBot. Mittlerweile kennt ihr SteuerBot ja schon und mittlerweile nutzt ihr SteuerBot auch schon. Das ist so cool. Ich freue mich immer voll, wenn euch das auch so gut gefällt und ich da Nachrichten bekomme und ihr, ja, auch so begeistert davon seid. Für alle, die die SteuerBot noch nicht kennen. Das ist eine App, mit der man seine Steuer machen kann. Das geht auch am Laptop. Und das Prinzip davon ist, dass man die Steuererklärung macht, indem man die Fragen in dem Chat beantwortet. Also das ist so im Chat-Format aufgebaut und man chattet dann sozusagen mit dem SteuerBot und man braucht halt einfach kein Steuerwissen dafür. Also man beantwortet einfach nur die Fragen in dem Chat und macht währenddessen die Steuererklärung. Das ist so genial. Ich bin ein riesengroßer SteuerBot-Fan. Ich benutze es oder habe es jetzt selbst auch die ganzen Jahre, die ganzen letzten Jahre benutze. Ich habe noch nie eine Steuererklärung ohne SteuerBot gemacht. Also ich kann es wirklich von Herzen empfehlen. Es ist komplett papierlos. Es wird von SteuerBot dann direkt ans Finanzamt übermittelt. Man braucht, wie gesagt, kein Steuerwissen. Ich finde, es nimmt einem auch so ein bisschen diese Steuerangst oder diese Aufschieberitis, weil es halt echt mega, mega einfach ist. Und man kann eigentlich nichts falsch machen. Es dauert so durchschnittlich, glaube ich, 20, 30 Minuten. Es lohnt sich in jedem Fall, die Steuererklärung zu machen. Und ich kann SteuerBot wirklich sehr empfehlen. Wenn du es mal ausprobieren möchtest, dann kannst du sehr gerne den Rabattcode NORDEN verwenden. Großgeschrieben, also komplett in Großbuchstaben. Und dann bekommst du 10 Euro Rabatt und zahlst somit maximal 19,95 Euro. Also wenn du angestellt bist, du brauchst nur deine Lohnsteuerbescheinigung und dann kann es schon losgehen. Probier es unbedingt mal aus und sag mir gerne Bescheid, ob es dir auch so gut gefallen hat. Da würde ich mich sehr freuen. Und jetzt geht es weiter mit der Podcast-Folge. Brauche ich jetzt auch nochmal einen Ton? Dung, dung, dung. Ende der Werbung. Und wir können jetzt direkt zum nächsten hügeligen Hobby gehen. Ich hatte schon mal übrigens eine Podcast-Folge zu Hügel-Hobbys gemacht. Wahrscheinlich doppelt sich das jetzt auch. Aber ich finde es auch ganz schön, das nochmal jetzt, es war auch ein, zwei Jahre später, aus meiner Perspektive jetzt nochmal mit meinen aktuellen Gedanken zu hören. Ich habe auch keine Ahnung, was ich damals erzählt habe, ehrlich gesagt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das nächste Hobby da auch mit dabei war. Denn das ist auch damals schon mein Hobby gewesen. Und zwar Spazierengehen. Vielleicht hast du es schon geahnt. Ich weiß, vielleicht schmunzelt man jetzt darüber, Spazierengehen als Hobby zu bezeichnen. Aber für mich ist es definitiv ein Hobby und zwar ein sehr, sehr hügeliges Hobby. Denn es gibt für mich fast nichts, was so entschleunigend ist oder so eine schöne Möglichkeit ist, um im Hier und Jetzt dankbar für die kleinen Dinge zu sein, wie ein Spaziergang. Wirklich. Ich kann da so abschalten. Mir kommen immer die besten Ideen beim Spazierengehen. Weil es einfach auch mal wichtig ist, den Kopf so auf Leerlauf zu haben und nicht immer nur zu denken oder Pläne zu schmieden oder bla bla bla. Sondern halt einfach mal so im Hier und Jetzt zu sein. Und Spazierengehen ist so eine schöne Möglichkeit dafür. Also ich wohne ja hier direkt am Feld. Ich liebe das so sehr hier spazieren zu gehen. Wir haben hier super viele verschiedene Vögel. Und jetzt in letzter Zeit war das auch so, dass so ein riesengroßer Schwarm an Gänsen so über meinen Kopf hinweg geflogen ist. Und da habe ich mich echt, ich habe dann immer sofort die Melodie von Nils Holgersson so im Kopf. Und es ist so schön, so nordisch. Und immer wieder wird mir bewusst, wie dankbar ich bin, dass ich jetzt in Skandinavien lebe. Und es ist auch immer wieder so ein Moment, wo ich realisiere, dass ich gerade in Skandinavien bin. Und ich liebe das, den Wind auf der Haut zu spüren. Und selbst wenn es regnet, diese Regenluft zu riechen und den Sonnenschein auf der Haut zu spüren und die Luft zu riechen. Hier ist die Luft sogar, finde ich, immer ein bisschen salzig, weil wir hier dann dahinter, also wir haben hier Meer, Feld und dann meine Wohnung. Das heißt, manchmal kommt halt so die Meeresluft an und die riecht man auch. Und ja, mich macht das einfach immer total glücklich. Aber egal, wo du spazieren gehst, es gibt immer schöne Sachen zu entdecken. Sei es jetzt im Frühling die Blumen, die jetzt überall erblühen. Ich finde, das macht so glücklich, wenn man hier und da jetzt die Blumen sieht und die Knospen an den Bäumen. Und dass jetzt langsam alles grüner wird und die Sonne so zwischen den Blättern hindurch scheint und, und, und. Also egal, wo ich spazieren bin, mich macht das immer sehr, sehr happy. Und wenn ich dann Vögel sehe oder Schwäne im Wasser oder natürlich auch in Kopenhagen. Ich liebe es, in der Stadt spazieren zu gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das... Doch, ich habe da auch im Podcast schon mal drüber gesprochen. Ich gehe sogar, wenn wir irgendwie abends aus waren, noch eine... Also spaziere ich sogar da durch die Stadt, weil es auch so schön ist, im Dunkeln durch Kopenhagen zu laufen. Also Kopenhagen, ganz große Empfehlung für SpaziergangsliebhaberInnen. Es ist... Also mich macht das unfassbar glücklich, so zwischen den Altbauten lang zu spazieren und auch da wieder zu realisieren, dass ich gerade in meiner absoluten Traumstadt lebe. Und ja, also spazieren gehen ist auf jeden Fall so ein sehr hüggelige, eine hüggelige Aktivität, die man natürlich auch mit anderen zusammen machen kann. Es muss auch nicht spazieren gehen sein. Natürlich ist Joggen genauso schön oder Fahrradfahren, um jetzt hier die dänische Version mit reinzubringen. Ist auch super schön und ich finde einfach Bewegung in der frischen Luft ist immer schön und macht immer Spaß, egal bei welchem Wetter. Und vielleicht kann man sich dann ja auch noch ein Hörbuch oder einen Podcast auf die Ohren machen. Vielleicht hast du jetzt Lust spazieren zu gehen und den Podcast mitzunehmen. Ich glaube, das ist auch eine der meist praktiziertesten Tätigkeiten, während man meinen Podcast hört. Ich weiß, dass viele den in ihren Sonntagsspaziergang zum Beispiel integrieren. Mega cool, es freut mich immer sehr. Freut mich sowieso immer voll, wenn ihr meinen Podcast in der Story erwähnt. Es ist so schön und voll das schöne Kompliment. Also ja, vielen Dank an der Stelle auch nochmal für deinen ganzen Support. Ja, deswegen ist Spazierengehen. Hobby Nummer zwei, falls man es als Hobby bezeichnen möchte. Die dritte Sache, die ich sehr, sehr hügelig finde, ist handwerklich aktiv zu sein. Denn gerade wenn man jetzt einen Bürojob hat oder viel am Computer sitzt oder generell viel auf dem Bildschirm starrt oder generell wenig Bewegung hat, finde ich das super schön, wenn man mal so seinen Kopf ausschalten kann oder besser gesagt die Hände einschalten. Kann man so nicht sagen, aber halt einfach, dass man was produktiv... Wie sagt man das denn? Dass man was erschafft, also man kreativ sein kann, was im echten Leben macht mit seinen Händen. Also du weißt, was ich meine. Und ich finde das super cool. Ich habe das jetzt ein paar Mal schon bei Instagram gesehen, bei Easy Alex. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ich verlinke seinen Instagram-Account sehr gerne mal. Und er macht das richtig oft so, dass er spazieren ist, zum Beispiel mit seinem kleinen Sohn. Und irgendwie kommt er super oft an so Sperrmüll-Sachen vorbei. Und er bleibt eigentlich immer stehen und sieht dann zum Beispiel einen Stuhl oder einen Hocker oder was weiß ich, irgendwas, was man beim Sperrmüll so sieht. Und das sind manchmal so richtig schäbige Sachen. Und er liebt es ja, achso, das hätte ich vielleicht davor sagen sollen, also Easy Alex macht super viel DIY-Sachen in allen möglichen Bereichen. Das ist unfassbar inspirierend. Und er sieht dann so diesen Stuhl. Und ich weiß genau, was das für ein Gefühl ist. Das habe ich nämlich mit Videos. Warte, ich rede den Satz erstmal fertig. Er sieht diesen Stuhl, der so richtig abgeranzt ist und hat in seinem Kopf dann schon Ideen. Und sagt dann so, boah, diesen Stuhl, da könnte man voll was draus machen. Polster ab, streichen, abschleifen, dödödödödö. Und dann zeigt er den immer in der Story. Und ich denke ganz oft so, oh Gott, das ist voll der Altbackenstuhl. Würde ich im Leben nicht dran denken, den mitzunehmen. Und er nimmt aber eigentlich immer die Stühle mit und macht dann halt so Videos, was er dann aus den Stühlen macht. Und es ist so cool zu sehen, wie man so einen Stuhl so richtig aufmöbeln kann. Und ich kann mir vorstellen, dass es super viel Spaß macht, ja, aus sowas, was Neues zu erschaffen. Darauf kommt es vielleicht an, sowas Neues zu erschaffen halt einfach. Und ich habe das zum Beispiel ganz oft, um den Satz jetzt nochmal anzuknüpfen von eben, wenn ich durch die Stadt laufe, dass ich dann denke, oh, das wäre richtig schön auf einem Video. Den Moment würde ich gerne festhalten. Und da könnte ich dann das dazu erzählen und bla bla. Also mir geht es ähnlich in Videoform, sage ich mal. Und ja, dass man halt einfach, kannst du vielleicht mit einem Spaziergang verbinden. Kannst auch im Sperrmüll vorbeigehen und dir was mitnehmen und danach noch wirklich kreativ sein. Finde ich auf jeden Fall super schön. Es kann aber auch sowas sein, das hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt. Mein Bruder macht ja so Betonform, beziehungsweise die Styrodur-Form, mit der man dann die Betonform selber gießen kann. Das heißt, du hast die Form dafür und machst dir aber die Betonform selber. Uff, ich weiß nicht, ob das richtig erklärt war. Ich kann dir ja seinen Job mal verlinken. Und er hat halt super schöne Formen, also wirklich alles, was du dir vorstellen kannst. Von skandinavischen Sachen, wie zum Beispiel Dala Pferd, bis hin zu super schönen Kerzenständern. Auch total im skandinavischen Stil. Also wirklich wie von, na wie heißt es, Lyngby oder, nee, von Store Factory. Halt diese typisch skandinavischen Kerzenstände etc. Und wie cool ist es, wenn man sich die einfach selber macht, also selber aus Beton gießt. Das ist ja, ich finde es genial und wenn das mal kein hügeliges Hobby ist, dann weiß ich auch nicht. Deswegen kann ich ja gerne mal bei meinem Bruder vorbeischauen bei dem Shop. Verlinke ich dir sehr gerne. Finde ich richtig cool und ja, irgendwie auch sehr hügelig. Wenn man da vielleicht, am coolsten ist es natürlich, wenn man irgendwie so einen Schuppen hat, wo man sich ausleben kann. Aber es geht natürlich auch so. Wir brauchen keinen Schuppen, um handwerklich aktiv zu sein. Auf jeden Fall finde ich das ganz schön. Vielleicht kannst du auch Möbel restaurieren, die du da hast oder du baust was für die Kinder oder du streichst was oder, oder, oder. Auf jeden Fall gibt es da sehr viele Möglichkeiten und finde ich auch sehr hügelig. Vielleicht kann man da auch anknüpfen und Gartenarbeit jetzt noch mit reinschmeißen. Das ist natürlich nochmal was anderes. Aber ich finde so Arbeit im Garten auch sehr entschleunigend und auch sehr eine Möglichkeit, um im Hier und Jetzt zu sein. Allein schon, wenn du dann mit den Händen so in der Erde bist. Das ist ja auch voll die schöne Möglichkeit, um sich mit der Natur zu verbinden und dann, ja, egal ob man jetzt wirklich einen Garten hat oder einen Balkon oder halt einfach drin. Pflanzen kann man ja überall haben. Vielleicht kannst du irgendwie so Wildblumen oder generell Blumenpflanzen, die für die Bienen gut sind oder ein Bienenhotel auch eine Möglichkeit, dass du da dich dann freuen kannst, wenn die Bienen dann auf den Balkon kommen. Ich hatte zum Beispiel vorher immer Lavendel auf meinem Balkon und es ist so schön zu sehen, wenn dann die ganzen Bienen an dem Lavendel sind. Das hat mich richtig glücklich gemacht und es ist ein super, super schönes Hobby, finde ich. Auch wenn man dann abends dann die Blumen gießt und, und, und. Also so super entschleunigend. Das Ganze drumherum, finde ich, ist eine mega, mega schöne Aktivität. Vielleicht auch Obst und Gemüse anbauen, je nachdem, wie viel Platz du hast. Meine Gastmutter hat jetzt gerade einen Plan gemacht für die Hochbeete. Wir haben ja auf der Farm ganz viele Hochbeete und da hat sie jetzt aufgezeichnet, wo sie die Karotten haben will und die rote Beete und den Salat und die Erdbeeren und die, was weiß ich was, es gibt ja unfassbar viel auf dieser Farm. Die Gurken, die Drüini, bla bla bla. Und das hat sie alles geplant und wird jetzt alles bepflanzt und das ist auch, ja, also das ist ja mit eines der hügeligsten Sachen, finde ich, einfach so in der Natur zu sein, draußen an der frischen Luft. Deswegen wäre das ja vielleicht auch eine Idee für ein hügeliges Hobby. Und das letzte Hobby, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Lesen. Weil man beim Lesen mal das Handy wegmachen kann. Also statt abends irgendwie durch Kurzvideos zu scrollen und seine Zeit zu verschwenden, eigentlich, finde ich, komme ich immer wieder auf den Nenner zurück, dass das Zeitverschwendung ist. Also so fühlt es sich für mich zumindest an. Man fühlt sich danach eigentlich nie besser. Und irgendwie geht die Zeit total schnell vorbei. Ist es doch eigentlich viel schöner, wenn man sich mal hinsetzt und ein Buch liest. Entweder ein Roman oder irgendwas, was dich eh interessiert. Vielleicht zur Weiterbildung oder, oder, oder. Und damit kannst du dich ja auch in ein Café setzen oder ans Wasser irgendwo. Oder auf eine Wiese mit so einer Picknickdecke. Ich finde es immer super schön, wenn ich das bei anderen sehe. Und ich sehe das auch recht häufig. Sowohl in Deutschland, habe ich das gesehen, als auch in Dänemark. Also ich habe in Deutschland auch am Main direkt gewohnt. Und da waren auch regelmäßig Leute, die halt mit ihrem Fahrrad da hingefahren sind, sich eine Picknickdecke ausgelegt haben und dann da gelesen haben. Finde ich super schön. Und auch hier gibt es wieder die Möglichkeit, andere Leute kennenzulernen. Zum Beispiel, indem du in einen Buchclub oder so gehst, wo man dann gemeinsam ein Buch liest und dann darüber spricht. Das ist vielleicht auch eine schöne Möglichkeit. Oder alternativ natürlich Hörbuch hören und stricken währenddessen. So, das ist ja perfekt. Da schließt sich jetzt der Kreis. Jetzt kannst du wieder von vorne anhören bei dem Stricken. Und ja, ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen und es waren ein paar Inspirationen dabei für ein hügeliges Hobby. Ich freue mich immer, von dir zu hören. Und ich freue mich immer sehr, falls du vielleicht zwei Minuten, ach, so lang braucht man gar nicht, 20 Sekunden, wenn du Zeit hast, um mir eine Bewertung zu geben. Das bedeutet mir sehr viel. Dann unterstützt du mich damit. Und Tag und eine schöne Zeit vor dir. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn du möchtest. Hi, hi. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn du willst. Untertitelung des ZDF, 2020